Alle rufen mal an, was ist das? Warum? Warum? Wie? Ai, 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 ai. Ich brauch ein Taxi. So. Ja, dann geht's halt jetzt direkt weiter. Was soll's? Nicht zum... Ich glaube, dass mal genug geht, ja, für heute. Das hätte ich. Bernie, bitte. We need to go to Bernie. So, dankeschön. Nachdem ich seine Tür eingetreten habe. Bay, was will er denn jetzt wieder? Ja, ich hab dir gesagt, Jimmy P. Er will dich treffen. Jimmy, who? Ja. Er hat Dinge, die er tun muss. Geh' nach seinem Haus aus dem Beaverhead und Westdeck. Jetzt krieg' ich wieder die ganzen Leute, naja, egal. So, hating the haters. Florian, öffne die Tür. Cool. Was hast du denn für Probleme? Hä? Das kann ich sehen. Was hast du denn gesagt? Ich kam in diesem Land, um mich selbst zu sein. Um zu weg von kleinen, kleinen, wachigen, machigen Pringen zu sein. Oh, wie ich? Ja. Well, nein. Well, du weißt, was ich meine? Ja. Es war kaum das größte Ort. Wie sieht mein Haar aus? Ich habe einen Rinse in. Tadrige Nacht. Nice, ja. Ich habe ein paar grönen Haare gefunden. Oh. Spann dich doch mal. Bernie. Ich meine, Bernie. Was ist das Problem? Someone is threatening to kill me. Wer? Every time I go out jogging and doing aerobics or play Ultimate Disc, some guy comes up and threatens me. Ist aber nicht so schön. Why is threatening you? Because. Weil. I think just because I'm fabulous. What? I keep thinking I'm being followed and I don't know why. I'm a prisoner in my own home. Okay, Bernie. Let's go out and have a look. Ah. I'm so glad you come back into my life. That's cool. But listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Immerhin wissen wir, dass er es nicht wahr. Scheibenbar. So. Sorry. Oh nein, das wird doch niemals funktionieren, oder? Er zieht die auch raus. Hey, warum nicht? Das freut mich zu hören, Bernie. So, was ist denn jetzt hier los? Wem müssen wir umlegen? Stretch dich ein bisschen, Bernie. Jawohl, komm. Ich sollte da nicht rumstehen. Ich sehe aus wie ein Bodyguard. Mach das. Charme him out. Ja. Folge Bernie beim Joggen. Aber halte Abstand. Alles klar. Boah, das ist so krass am Schütten bei mir draußen. What the fuck? Halber Weltuntergang. Bin ich weit genug weg? Ja, ne? Ja. Hör auf zu reden. Dann kommt der vielleicht. Na komm. Ich bin eigentlich weit genug weg. Eyes on the prize. Eyes. Ich liebe den Typ. Ich mag den. Der ist cool. Bernie ist eine coole Nudel. Wo ist denn der Hater? Oh oh. Oh ey, Homo ist aber ein... Oh, was soll denn das, Mensch? Jawohl. Was ist dein Problem? Fag-Lover. Was auch immer du sagst, buddy. Unfortunately, weil mein Freund zu schütten, ich werde dich ausfangen. Prügeln? Komm, kommst du mal hier hin. Erledige den. Wo ist der Penner? Hallo? Hoch. Ja, jetzt habe ich so ein scheiß Motorrad hier. Komm, finde Fagio. Oh Gott, ist die schlimm. Die kennt man doch noch aus. White City, glaube ich. Die Fagio ist wirklich übel. Oder Zandas gab es die auch, glaube ich. Die lässt sich gar nicht steuern. Habe ich schon mal erwähnt. Die lässt sich absolut nicht steuern. So absolut gar nicht. Mann, komm, ich muss ihn doch nur umbringen. Ist doch nicht schwer. Mann, du hast doch schon... Hey, das ist nicht nett. Hey, der hat doch schon voll viel geschluckt. Der lebt immer noch. Wie kann der denn noch leben? Jetzt habe ich ihn. Hol Bernie ab. Ja, Bernie muss kurz warten, bis ich den Stern losgeworden bin. Das ist ja wohl okay, oder? Der Stern tickt nämlich schon oben. So nämlich. Ich hoffe, Bernie geht es gut. Der Arme. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett gewesen. Aber immerhin ist er tot. Das heißt, Bernie kann jetzt wieder sicher joggen gehen. Dieser scheiß Fagio. Sie ist das eine Kackere. So, wo ist denn hier Bernie? Da ist er ja. Steig drauf. Was für ein Gefängnis? Bringe Bernie zu Persons in exchange. Will er sich umziehen? Rollen wir da ehrlich? Na, komm, wir fahren da so hin. Was soll's. Bernie, du bist doch sonst im Gespräch. Ich erzähl mal ein bisschen was. Nein? Wie wär's, wenn wir ein Taxi nehmen, oder? Am besten. Ich glaube, ich sollte ein Taxi nehmen. Ach komm, jetzt sind wir schon auch hier auf der Fagio drauf. Jetzt können wir die Fagio zu Ende benutzen. Ach komm, dann ihr... Dann quatscht doch jetzt wenigstens ein bisschen. Also manche Charaktere quatschen zu viel durchgehend. Und der quatscht jetzt gar nicht. Er hat sich die Sprache verschlagen, alles klar. Sind wir gleich da? Eieiei, jetzt war noch ein Stückchen. Ich wusste gar nicht, dass es die hier gibt. Eieiei, interessant ist ein Moped. Oh oh. Ist doch gar nichts passiert, Bernie, mein Freund. Alles gut. Ich will mal Liberty Rocker ein bisschen. Okay, was soll's. Liberty Rock. Oh, Fernlicht. Dann nehmen wir mal wieder aus. Machen wir aus. So. Jetzt sind wir auch gleich schon bei Perseus. Da, wo es die teuren Sachen gibt. Da wären wir schon. Yep. Ich hab dir doch gerne geholfen. Das ist lieb von dir. Dann zieh dich mal in Ruhe um. So, BC ist auch wieder da. Aber ich muss unbedingt mal speichern. Ich glaube, ich hab seit Ewigkeiten nicht gespeichert. Ich bin ein bisschen paranoid. So, bring mich mal zu irgendeinem Unterschlupf. Am besten zu dem hier. So. Wegpunkt. Dann können wir gleich ganz entspannt noch zu Bernie fahren. Thank you very much. Ja, ja. Warte, warte. Was ist das? Warte, was ist das? Lordchick? Schimmer. Schimmer. Ich hab ein Lordchick. Lordchick. Da fahr ich jetzt mal hin. Da fahr ich jetzt hin. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, ist aber ein ganzes Stückchen, ne? Komm, da geben wir einfach Gas hin. Nachricht hab ich auch bekommen. Nico, zieh ein paar Respekt für das Treffen mit Jimmy an. An so gerade, volle Programm. Phil. Ja, jetzt gerade nicht. Wir sind hier auf einer Mission. Was ist denn? Date mit Lordchick. Ja. Stimmt, ich hab vor 10 Folgen so ein Date klar gemacht? Oh nein. Lord, das lief besser, als ich dachte. Hab ich jetzt nicht mitgerechnet. Lordchick? Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, draußen ist es so übel am Donnern. What the fuck? Komm, ab zum Lordchick. Ah, die will bestimmt unsere Restaurants, unsere fancy Dingern, oder? Oh ja, die könnte anstrengend werden. So, sind gleich hoffentlich da. Well, oh ne, ich kann grad nicht. Muss nochmal anrufen, geht grad nicht. So. Lordchick. Da bin ich mal gespannt. Da ist sie ja. Oh, sieht schick aus. Ich hoffe, ich hab ne schicke Karre auch. Hey, are you Lordchick? We met online. I'm Nico Bell. Hey Nico, it's Kiki. Kiki Jenkins. Kiki Jenkins. Freut mich, wo sie Spaß hat. Wir könnten eigentlich Bowling gehen, aber ich glaub, wir gehen was essen, oder? Warum nicht? Warum denn nicht? Danke. Gefällt dir das hier? Was? Gefällt's dir nicht hier? Bring Kiki wieder nach Hause. Hat's dir gefallen? Oder nicht? Oh, es hat... Es hat dir gefallen, schön. Sehr gut. Das läuft doch gut. So. Viel Spaß. Oh, das hat dir nicht gefallen. Scheiße. Scheiße. Oh, das ist ja. 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 Vielen Dank.